Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, über das niemand sprechen will. Die dunkle Seite des Erfolgs und wie das Menschen verändert. Tatsächlich ist es so, dass Menschen, die erfolgreich sind, oft verändert werden und auf einmal anders sind als vor jedem Erfolg. Doch warum ist es so? Glaubst du, dass Erfolg Menschen verdirbt oder dass es den Charakter verstärkt? Wie genau das ist und warum das so ist, das schauen wir uns heute in diesem Video. Also, lass uns eintauchen und herausfinden, was auf der anderen Seite des Erfolgs und des Ruhms auf uns wartet. Hast du dich jemals gefragt, warum Menschen, die Erfolg und Macht erlangen, sich plötzlich von einer komplett anderen Seite zeigen? Wir werden uns heute einige bekannte und berühmte Beispiele anschauen von Menschen, die sehr erfolgreich geworden sind und werden uns anschauen, warum der Charakter vermeintlich verdorben wird und was das genau wirklich für Auswirkungen hat. Und natürlich, warum das auch von Person zu Person unterschiedlich ist. Erst wollen wir uns mal ein paar positive Beispiele machen. Nehmen wir beispielsweise Warren Buffett, der sehr erfolgreich ist, der zu den reichsten Menschen der Welt gehört, der aber von seinem Lebensstil gar nicht viel verändert hat, der immer noch sehr philanthropisch und sehr bescheiden lebt oder Oprah Winfrey, die ihre Macht, ihre soziale Macht nutzt, um Soziales in den Vordergrund zu rücken und bestimmte Problempunkte, die wir in der Welt haben, offen anzusprechen und das in den Mittelpunkt zu rücken, um sowas zu verändern. Das heißt, gerade bei den beiden Beispielen hat Geld nicht den Charakter verdorben, sondern eher verstärkt. Schauen wir uns mal an, wie das bei anderen der Fall ist. Denn leider gibt es auch sehr viele dunkle Geschichten und negative Beispiele. Nehmen wir John Belfort, der Wolf of Wall Street, den du vielleicht auch aus dem gleichnamigen Film kennst, der durch seinen Erfolg, seine Macht und sein Geld zu Drogenexzessen und einem sehr lastiven Lebensziel geratet. Oder auch sehr viele Hollywood-Stars, die immer wieder durch Skandale, durch Drogenmissbrauch und so weiter und so fort in die Medien geraten, nachdem sie erfolgreich geworden sind. Denn dort ist es so, dass auch der Charakter verstärkt wurde, allerdings auf negative Arten weist. Ein weiteres Beispiel ist Martin Schreni, der einst gefeierte Unternehmer, der durch Medikamentenpreiserhöhungen ins Rampenlicht geraten ist. Oder auch Kanye West, den du vielleicht kennst, der auch durch seinen Erfolg, seine Macht und seinen Seilenruhen auch immer weiter die negativen Charaktereigenschaften sich verstärkt haben und er immer mehr Skandale in den Mittelpunkt seiner vermeintlichen Karriere rückt. Jetzt gibt es viele da draußen, die sagen, Geld verdirbt den Charakter. Aber wir haben uns jetzt hier sogar vier Negativbeispiele und zwei Positivbeispiele angeschaut. Und in allen Beispielen ist es so, dass der Charakter nicht verdorben wurde, sondern bestimmte Charaktereigenschaften verstärkt. Und genau da schauen wir jetzt mal tiefer rein, wie du für dich das Ganze vielleicht auch steuern kannst und wo du vielleicht Warnsignale auch erkennen kannst, wie du bestimmte Charaktereigenschaften im Vorfeld schon auflösen kannst, damit dir sowas nicht passiert. Können dir jetzt noch viele Beispiele wie Lindsay Lohan, die, vielleicht hast du es auch mitbekommen, extrem in Drogenexzesse abgerutscht ist, Drogenmissbrauch und sich dadurch auch körperlich hat entstellen lassen oder positiv Bill Gates, der unglaublich vielen Menschen hilft und das Thema Bildung in der Welt auch extrem pusht durch seinen Erfolg mit Microsoft. Aber kommen wir weg von den Beispielen und gucken, was kannst du jetzt für dich wirklich mitnehmen. Und da ist es so, dass meistens die Menschen, die erfolgreich und glücklich sind, also die gar nicht in diese Drogenexzesse und den Drogenmissbrauch abrutschen oder wo dieses Machtgehabe den negativen Eigenschaften Kraft gibt und die hervorruft, das entsteht meistens dadurch, dass das Ego zu stark ist. Das heißt, dass du zu krass diesen Fokus auf Macht, Geld und Status in den Vordergrund rückst und dass deine inneren Zufriedenheit, dein Selbstwertgefühl, dein Selbstvertrauen eigentlich sehr gering sind und du dich nur über Statussymbole, wie goldene Uhren, wie Autos und so weiter und so fort definierst. Verstehe mich nicht falsch, du kannst ruhig dir auch Statussymbole holen. Hol dir deinen Sportwagen, den du möchtest. Hol dir eine dicke Uhr. Hol dir eine Villa. Hol dir egal was. Aber ganz wichtig ist, dass das ein Bonus ist und du dich nicht darüber definierst. Weil wenn du dich anfängst, über deinen Erfolg zu definieren, dann gibst du deinen negativen Charaktereigenschaften sehr viel Raum, um sich zu entwickeln und dann wirst du sehr wahrscheinlich früher oder später in einen ähnlichen Modus reinkommen, wie ein, zum Beispiel wie jetzt eine Lindsay Lohan oder wie ein Martin Schrenny oder, 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 die Beispiele, die wir gerade eben hatten. Und dann kann es sein, dass deine negativen Charaktereigenschaften so gepusht werden durchs Geld, weil Geld ist ein Energie- und ein Eigenschaftsverstärker, dass du dann auch abrutschen kannst. Mit Gefahr läuft es zumindest mal abzurutschen. Wenn du dich aber zuvor, bevor du in große Höhen hinaufkommst und sechs, sieben, achtstellige Monatsumsätze vielleicht sogar machst, wenn du dich vorher mit dir selbst und mit deiner Persönlichkeit auseinandersetzt und an dir arbeitest und einen starken Charakter aufbaust, wo Positivität im Vordergrund steht, wo im Vordergrund steht, Menschen zu helfen, wo im Vordergrund vielleicht Familie steht und gewisse Werte, die du in dir schon hast, wenn du die erstmal ausbaust und verstärkst und du wirst dann erfolgreich, dann pusht es deine positiven Eigenschaften und dann wirst du mit dem Geld sehr viel Gutes tun, auch gerne für dich, auch gerne Spaß im Leben und alles drum und dran, nur eben nicht zu jedem Preis. Und das kannst du verhindern, indem du eben dir vorher viele Mindset-Themen aneignest und viele Skills in dem Bereich aneignest und indem du dir vor allem auch die Frage stellst, was dich wirklich antreibt, wo du wirklich hin willst und deine Werte besser kennen kannst. Wenn du das machst, dann vermeidest du, dass du deinen Charakter verdirbst vermeintlich in dem deine negativen Charaktereigenschaften verstärkt. Wir haben alle in uns gewisse positive und gewisse negative Eigenschaften. Wir haben alle die Möglichkeiten, guter oder ein schlechter Mensch zu sein, je nachdem, wie man das auch werten möchte. Und deswegen entscheidest du und entscheidest deine Bildung, deine Skills und vor allem auch dein Mindset und deine Einstellung zum Leben und deine Reflexion mit dir selbst darüber, was du wirst. Ob du ein erfolgreicher oder ein erfolgloser Mensch wirst. Ob du ein guter oder ein schlechter Mensch wirst. Ob du Geld für Dinge einsetzt, die auf der Welt was Gutes tun, die positiv sind oder ob du Geld einsetzt für destruktive Sachen wie beispielsweise Drogen, für Exzesse und so weiter und so fort. In diesem Sinne, wenn du dazu noch weitere Fragen hast oder auch sagst, wie kann ich denn jetzt sicherstellen oder das auch mal überprüfen, ob mein Mindset wirklich ready dafür ist oder du vielleicht sogar schon erfolgreich bist und das Video jetzt gesehen hast, dann hör mal ganz genau rein, ob da eine Stimme in dir ist und du das Gefühl hast, oh shit, da sollte ich noch mal ganz genau hingucken. Dann lass uns gerne mal sprechen und lass uns angucken, was bei dir wirklich die Themen noch sind, die aufgelöst werden dürfen. Das sind oft auch Themen aus Kindheit oder Jugend, wo noch ein tieferer Schmerz ist, der uns dann dazu verleitet, dass Geld die negativen Seiten hervorruft und verstärkt. Ich drücke dir die Daumen, dass du das hinbekommst, bevor du zu Wohlstand kommst, bevor du reich bist, weil danach das anzupacken kann zu spät sein, kann schwierig sein. Deswegen geh es vorher an, beschäftige dich vorher mit dir selbst und dann baue darauf auf diesem Fundament ein Hochhaus auf. Ansonsten kann das genau sein, wie bei einem Hochhaus als Metapher, wenn du kein sicheres Fundament hast und dann kommt ein kleiner Rüttler und ein kleiner Wind, dann fällt das Ding einfach um. Wenn du aber ein stabiles Fundament hast und das Ding schön aufgebaut ist, von unten herauf schon, dann kann auch ein Erdbegen kommen und das Haus wird stehen bleiben. Deswegen arbeite an deinem Fundament und baue darauf Stück für Stück dein Imperium auf. Drück dir die Daumen dabei, wünsche dir ganz viel Erfolg. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like da, abonniere gerne meinen Kanal, aktiviere die Glocke, dann verpasst auch kein Video. Ich freue mich drauf. Dein Tilburg.